Erst mal die Testverordnung gilt schon ab morgen, also PCR-Test brauche ich nur noch, wenn der positive Test, der sogenannte Schnelltest vorher da ist. Damit will man natürlich erreichen, dass wir weniger PCR-Tests brauchen. Aber die Freitestung, da reicht, sagt Lauterbach, jetzt ein Antigentest. Die Frage ist nur, ist das auch juristisch so? Was heißt das für Genesene? Ja, also das ist im Grunde eigentlich eine gute Entscheidung, dass wir von diesen vielen Testen wegkommen. Also vor allem auch, dass man hier die PCR entlastet. Wir wissen ziemlich gut, dass wenn der Antigentest negativ wird, also wenn der vorher positiv gewesen ist und dann wieder negativ wird, wissen wir ziemlich gut, dass dann auch keine Infektiosität von dem Patienten mehr ausgeht. Und wenn man da auf den PCR verzichtet, ist vollkommen richtig. Man braucht natürlich einen positiven PCR-Test, um überhaupt einen genesenen Status nachweisen zu können. Von daher ist dieser Zwischenschritt wahrscheinlich notwendig dabei.